Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über äußerst wichtige Neuigkeiten seitens der Zentralbanken zur Entwicklung des Digital-Euros. Denn die EZB-Präsidentin nennt erstmals einen möglichen Zeitraum zur Einführung des elektronischen Euros. Auch die BaFin möchte das Bargeld weiter einschränken und eine Bargeld-Obergrenze einführen. Es sieht also alles danach aus, dass wir hier in Form der Salami-Taktik weiter an ein bargeldloses System herangeführt werden. Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Bevor es losgeht noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache, wie einige schon mitbekommen haben, gibt's uns seit kurzem auch bei Telegram. Folgt uns also auch unbedingt bei Telegram, um immer auf dem Laufenden zu sein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir danken euch wirklich herzlich für euren Support. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Schnell, modern, hygienisch und sicher gegen Kriminalität und Geldwäsche. Seit Jahren möchte uns Politik und Medien die Vorteile einer bargeldlosen Bezahlung schmackhaft machen und die Zahlung mit Bargeld begrenzen. Befeuert wurde das Ganze noch einmal mit der Covid-Krise, indem man mit Kartenzahlung einen zu engen Kontakt und somit eine höhere Ansteckungsgefahr verhindern wollte. Der Kampf gegen das vermeintlich böse Bargeld geht also weiter, denn die BaFin möchte nun Bargeld-Einzahlungen bei Banken erschweren. So sollen, wenn es nach der Finanzaufsicht geht, regelmäßige Kunden bei einer Einzahlung ab 10.000 Euro die Herkunft des Geldes nachweisen. Bei Gelegenheitskunden liegt die Schwelle sogar nur bei 2.500 Euro. Sowohl der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reifeisenbanken als auch der Deutsche Sparkassen- und Schiroverband kritisierte das geplante Vorgehen der BaFin. FAZ berichtete hierzu. Zitat. Durch die schärferen Regeln würde Bargeld, das in Deutschland bislang keinen Einschränkungen unterliege, stigmatisiert ohne dass dem ein entsprechender Mehrwert bei der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gegenüberstehe, kritisieren die beiden Verbände. Kreditinstitute sind nach Angaben des DSGV und des BVR, bei eigenen Kunden vielfach aus dem Kontovertrag verpflichtet, Bargeld als Einzahlung entgegenzunehmen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Kritisiert wurde auch, dass es Kunden in vielen Fällen gar nicht mehr möglich ist, einen Nachweis wie Sparbücher oder Kontoauszüge für ihr Geld zu erbringen. In diesen Fällen müsste direkt eine Verdachtsmeldung an die Behörden erfolgen. Weiterhin würden in diesem Fall viele Kunden ihr Geld sicherlich erst gar nicht mehr zur Bank bringen, sondern direkt in Edelmetalle oder andere hochwertige Güter und Assets investieren. Banken müssten bei einem derartigen Vorgehen mehr Personal zur Verfügung stellen, da die Einzahlungen von Bargeld mit deutlich mehr Aufwand und Kosten für die Banken verbunden wären. Diese Kosten würden sicher direkt an die Kunden weitergegeben, um Bargeld immer unattraktiver zu machen. Problematisch in diesem Fall ist für Banken auch, dass sie laut Kontovertrag dazu verpflichtet sind, Bargeld bei der Einzahlung anzunehmen. Aus diesem Grund forderten sie klare Regeln und die Einführung einer EU-weiten Obergrenze für Bargeldeinzahlung. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass immer mehr Länder eine Bargeld-Obergrenze einführen wollen, doch eine einheitliche Regelung gibt es EU-weit aktuell noch nicht. IT-Finanzmagazin.de berichtete hierzu. Zitat Eine einheitliche Bargeld-Obergrenze gibt es EU-weit nicht. Während in Griechenland etwa schon bei 500 Euro in bar, der Ausweis vorgelegt werden muss, liegt die Grenze in Kroatien bei 15.000 Euro. Und nur 18 der 27 EU-Staaten haben überhaupt eine solche Grenze. Besonders streng wollen jetzt Dänemark und Italien vorgehen. Hier soll die Grenze auf 2700 bzw. 1000 Euro abgesenkt werden. Österreich, Zypern, Deutschland, Finnland, Luxemburg und vier andere EU-Mitgliedsländer kennen gar keine Obergrenze für Barzahlungen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Währenddessen arbeiten auch die Zentralbanken weiterhin an den CBDCs, den sogenannten Central Bank Digital Currencies. Anfang des Jahres veröffentlichte die Bank des Internationalen Zahlungsausgleiches eine Studie, die zeigte, dass aktuell 70 Prozent der weltweiten Zentralbanken an einer digitalen Währung arbeiten. Von diesen Banken planen 10 Prozent eine Einführung einer digitalen Zentralbankwährung innerhalb der nächsten drei Jahre und 20 Prozent innerhalb der nächsten sechs Jahre. Es geht also alles Hand in Hand immer weiter Richtung bargeldloser Gesellschaft. Und auch die EZB hat ihre Arbeit an dem digitalen Euro verstärkt. Das Manager-Magazin berichtete hierzu. Zitat. Den Zeitungsinformationen zufolge sollen Nutzer des Digital-Euro für ihn keine Zinsen bekommen, auch sollen keine Minuszinsen anfallen. Für die Digitalwährung solle es konventionelle Konten unter Kontrolle der EZB geben. Vorgesehen sei auch, dass jeder Bürger nur eine Höchstsumme des Digital-Euro in einer elektronischen Geldbörse speichern kann, um nicht zu stark in Konkurrenz mit herkömmlichen Geschäftsbanken zu stehen. Zur Diskussion stehe eine Summe von 3.000 Euro. Die Wallets sollen von Banken oder anderen Finanzdienstleistern in Verbindung mit einem konventionellen Konto angeboten werden. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Man kann also davon ausgehen, dass Nutzer des Digital-Euros in Zukunft einige Goodies bekommen werden, um den Digital-Euro für die breite Masse attraktiv zu machen. Laut dem aktuellen Konzept soll der digitale Euro nicht auf der Blockchain basieren und an konventionelle Bankkonten gebunden sein. Auch sollen im Sommer nach einem Bericht von Börse online zufolge, weitere grundsätzliche Entscheidungen zum digitalen Euro fallen und erste Tests starten. Ziel ist es laut der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass der digitale Euro spätestens in fünf Jahren sowohl für Unternehmen aber auch für private Personen verfügbar sein soll. Zwischen den Banken selbst scheint die Einführung des digitalen Euros eine Machtfrage zu sein. Auch der Wirtschaftswissenschaftler Philipp Sander warnte davor, dass bei stockender Entwicklung einer digitalen Währung Europa von Technikplattformen anderer Länder abhängig wird. Börse online.de berichtet hierzu. Zitat Der 41-jährige Wirtschaftswissenschaftler von der Frankfurt School of Finance warnte bereits vergangenen September, dass Europas Wirtschaft Gefahr laufe von ausländischen Technologieplattformen abgehängt zu werden, vor allem das immer aggressiver auftretende China sei Europa sechs bis acht Jahre voraus. Mit seinen Warnungen ist er nicht allein. EZB-Direktor Fabio Panetta argumentiert. In Europa könnte uns die Expansion großer Tech-Unternehmen von Technologien abhängig machen, die anderswo geregelt werden. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Aktuell scheinen uns sowohl die EZB als auch die Politik in dem Glauben zu lassen, dass es nicht Ziel sei Geldscheine und Münzen abzuschaffen. Doch schaut man sich die aktuelle Situation und die Nachrichten zur Einführung einer digitalen Währung an, ist eher davon auszugehen, dass nach und nach unser geliebtes Bargeld abgeschafft wird, und alles nur eine Frage der Zeit ist. Ein Video von uns zu den Auswirkungen der Bargeldabschaffung findet ihr in der Videobeschreibung. Auch in der Politik gibt es kritische Stimmen bezüglich einer Digital-Euro-Einführung. Vom Professional.de berichtete hierzu. Zitat. Zu jenen, die das Vorhaben mit Skepsis betrachten, gehört etwa Markus Ferber, CSU, Wirtschaftsexperte im Europaparlament. Die Kommission ist auf dem Holzweg, wenn sie den Kampf gegen Geldwäsche mit dem Kampf gegen Bargeld verwechselt, sagt er im Tagesspiegel. Zwar räumt auch Ferber ein, dass Cash-Zahlungen die Geldwäsche erleichtern. Es sei aber ein Unterschied, ob jemand Immobilien mit Euro-Scheinen bezahle oder einen Kleinwagen. Es ist nicht verhältnismäßig, dass die Kommission immer zum größtmöglichen Kaliber greift, kritisiert der Christsoziale. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Und was denkt ihr? Wann werden wir in Deutschland einen Digital-Euro sehen? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience Untertitelung des ZDF für funk, 2017